Heute sprechen wir über zwei Themen, nämlich über die Frage, wie du als Führungskraft auf die nächste Stufe kommst und wie dir vielleicht auch ein Headhunter dabei helfen kann. Dafür habe ich mir einen waschechten Experten aus der Branche eingeladen und ich freue mich, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Dominik Roth von Mercury Urwald. Herzlich willkommen. Danke dir, Bastian. Freut mich, dass ich bei dir sein darf. Es ist eine Ehre für mich. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Jus ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Ladies and Gentlemen, wir sprechen heute über das Thema, wie komme ich auf das nächste Level als Führungskraft. Also du bist vielleicht schon Führungskraft oder du interessierst dich generell dafür, für die Karriere als Führungskraft. Und wir sprechen über das Thema Headhunting. Das heißt, wie kann mir Headhunting dabei helfen? Wir werden uns anschauen, was genau ist eigentlich Headhunting und vor allem, und das fand ich ganz cool, das hat der Dominik mir im Vorfeld des Gespräches gesagt, was macht eigentlich ein Headhunter genau und wie kann ich den eigentlich für mich gewinnen? Dass wir uns das heute genauer anschauen in der Podcast-Folge ist ganz wichtig, weil dann weißt du auch am Ende erstens, wie werde ich Führungskraft, aber natürlich auch zweitens, wie kriege ich es denn hin, dass Headhunter auf mich aufmerksam werden, wie mache ich denen quasi den Job leichter, sodass es auch am Ende für mich leichter ist, dann die nächste Stufe zahle ich. Aber erstmal nochmal herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass du im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist. Ich freue mich auch. Danke dir, Bastian. Ich gebe einen kurzen Abriss vom Dominik, weil er hatte uns da ein paar Informationen mit an die Hand gegeben und Dominik, am besten ergänze dann einfach, was noch vielleicht dazugehört. Dominik ist ein ausgezeichneter Headhunter im sogenannten Executive Search. Das heißt, er ist auf Führungskräfte-Level unterwegs und rekrutiert Führungskräfte für Management-Positionen. Seine Auftraggeber sind internationale Unternehmen, die seinen Rat in der Management-Diagnostik zu schätzen wissen oder mit ihm ein Search-Mandat betrauen. Was das genau bedeutet, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber Dominik, gibt es noch ein paar Punkte, die du ergänzen möchtest an der Stelle? Ja, das ist so ein Danke dafür, das ist so ein Standard-Pitch, den wir immer rausschicken. Das kommt jetzt nicht primär von mir. Gibt nicht viel zu ergänzen, außerhalb dessen mal eine Begriffsdefinition vielleicht zu machen. Also weil da jetzt schon zwei so Fremdwörter dabei waren, hat die gute Assistentin einfach so rausgeschickt, ohne es zu kommentieren, was auch normal ist, weil ich das mache. Also erstmal Executive Search ist halt klassisches Headhunting, also auf Basis einer, sag ich mal, auf Basis eines Mandats. Wir haben hier eine Führungskraft, eine Management-Position zu besetzen, hilft uns mal, dass wir hier eine valide Auswahl bekommen und auch denjenigen, der auch da performant sein wird, auch einstellen können. Und das ist das, was wir tun über Direktansprache primär, nennt sich dieses Tool. Also wir sprechen Direktkandidaten an von Konkurrenzfirmen aus dem Markt heraus, beziehungsweise aus dem Netzwerk, gibt es multiple Kanäle, auf die wir zurückgreifen. Das ist Headhunting, das ist Executive Search. Executive ist ja die Führungskraft und Executive Search bedeutet die Suche nach einer Führungskraft. Das heißt, das ist so das Hauptgeschäftsfeld, unser Hauptvolumengeschäft, auch bei Mercury-Urwald, eine Top-Personalberatung, darf man so sagen. Es gibt, was viele nicht wissen, 2000 Headhunter, auch jetzt noch nach der Krise, fast so viele in Deutschland. Und wir sind in den Top Ten angesiedelt, manchmal auch Top Fünf. Kommt immer darauf an, wonach bemessen wird. Also dementsprechend schon ein ganz gutes Niveau, würde ich sagen. Und ich bin hier der jüngste Partner und auch, würde ich sagen, doch, ich bin auch die jüngste Führungskraft seit fünf Jahren. Ja, also das ist so, was ich gemacht habe. Deswegen kann ich auch ein bisschen drüber sprechen aus eigener Perspektive, aber vor allem aus dem Executive Search. Über 200 Mandate habe ich jetzt betreut in der Zeit. Habe etliche, mehrere hundert auch Executive Assessments gemacht, um das Zweite auch aufzugreifen. Diesen zweiten Begriff, das ist Management Diagnostik. Also hier geht es wirklich darum, Verhalten von Managern vorherzusagen und die Persönlichkeit zu analysieren. Cool, also um quasi herauszufinden, hat die Person das Zeug, um Führungskraft auch zu werden. Genau, ein Anteil, ein Teil davon. Genau, ein Teil davon. Also vielleicht steigen wir da auch ganz gut schon in das Thema ein. Also das Erste ist sozusagen der Track Record, wie wir ihn nennen. Also die fachliche Eignung, die Erfahrung. Was hat jemand anders, woanders erfolgreich gemacht? Ist das transferierbar jetzt auf den neuen Kontext? Das ist so der Track Record. Das ist die erste Säule. Die zweite ist dann so, sag ich jetzt mal, der Nasenfaktor oft. Also passt jemand in das Team, passt er zu DNA und so weiter, kann man einigermaßen evaluieren. Der Kunde kann es auch viel besser natürlich als wir. Passt er zu uns diese Frage beantworten? Und das wird oft vermischt mit der dritten Säule. Und das ist eben die Persönlichkeit. Persönlichkeit. Und das ist nicht das Gleiche. Auch wenn jeder meint, er könnte vom Bauch heraus so viel entscheiden und Menschen lesen, das ist einfach wissenschaftlich getestet, dass es nicht möglich ist. Zumindest gleicht es eine Münzwur von der Wahrscheinlichkeit her, von der Erfolgswahrscheinlichkeit her. Und wir wollen da einfach eine wissenschaftliche Basis dafür kreieren und dann Verhalten messen. Also Persönlichkeit ist gleich replizierbares Verhalten. Und darum soll es gehen. Und das ist das, worüber wir auch primär sprechen können. Und natürlich auch, welche fachlichen Wege führen denn in der Führungslaufbahn? Stark. Also das ist cool. Wir sind schon in dem Thema drin. Und Ladies and Gentlemen, du merkst es. Wir haben es bisher im Berufsrat, wie wir im Podcast immer so gemacht, dass wir in der ersten Folge komplett über die Person gesprochen haben. Das werden wir jetzt quasi miteinander vermischen, weil du bist ja in dieser Folge, um diesen Content für dich mitzunehmen. Und jetzt hast du schon mal so die drei Säulen, nachdem eben der Dominik auch vorgeht, wenn er dann entsprechend diese Menschen auswählt. Und Dominik, du hast noch was ganz Wichtiges gesagt. Und das, finde ich, macht diese Podcast-Folge auch so nachvollziehbar. Du bist selber, du bist die jüngste Führungskraft, bist jüngster Partner. Das heißt, auch wie du es gemacht hast oder wie du zu dem geworden bist, das spielt ja auch heute noch mal in die Thematik mit rein. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir uns das noch mal in dem Zusammenhang angucken, wie du es dann gemacht hast. Weil vielleicht kann dann auch die ein oder andere Person, die uns hier zuhört, noch mal für sich was rausziehen, was sie dann inspiriert. Okay, das heißt, wir haben jetzt über Executive Search gesprochen. Headhunting sind wir so ein bisschen davon ausgegangen, dass die Leute wissen, was das ist. Viele wissen tatsächlich nicht, was das ist. Ich habe gerade eben noch mit jemandem telefoniert und habe gesagt, hey, wie sieht es denn aus mit deinen Bewerbungsbemühungen? Bist du da auch in Kontakt mit Headhuntern? Und er wusste gar nicht so richtig, ja, wie gehe ich dann an die Sache ran? Was ist das denn überhaupt? Und was heißt das denn? Headhunting hast du gerade schon kurz angerissen mit. Wir stehen in Kontakt mit unserem Netzwerk, mit Unternehmen. Wir rufen Leute an. Wir schreiben die direkt über Social Media zum Beispiel an. Aber wie lässt sich das dann jetzt so für den Otto-Normalverbraucher nachvollziehbar beschreiben, sodass ich auch am Ende für mich erkennen kann, okay, da habe ich wirklich einen großen Vorteil von, wenn ich diesen Weg wähle? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die sich wenige stellen. Und da habe ich schon eine recht ausführliche Antwort, wenn du erlaubst. Gerne. Also das Erste ist Headhunting. Also die Definition ist eigentlich so synonym zu sehen zu Executive Search. Nur, dass halt viele Headhunter eben sich nicht auch auf Executives, ergo auf Führungskräfte spezialisieren. Ich muss aber sagen, ursprünglich kommt Headhunting aus dem Führungskräfte-Top-Management-Bereich und viele Dienstleistungen haben den Begriff schon etwas verwässert. Also Zeitarbeit ist dann zum Beispiel etwas, das hat nichts mehr mit Headhunting zu tun. Oder auch, ich würde sagen, die Rekrutierung von jungen Fachkräften. Das ist so ein Grenzbereich, kann man noch als Headhunting bezeichnen, aber hat eigentlich mit dem, wie wir es tun, auch nichts zu tun. Es ist einfach eine andere Art. So, das ist vielleicht so erstmal zur Begriffsdefinition zu sagen. Dann, wie kann man Headhunter nutzen? Also erstmal, diese Frage bekomme ich sehr oft und zum Glück stellst du die, denn da kursiert sehr viel Irrglaube. Erstmal ist es so die Unwissenheit, dass es uns vielleicht sogar gibt. Das ist so das Allererste. Ist nicht ein Riesenschaden, wenn man das nicht weiß, denn ich muss einfach sagen, wir sind nicht die Allheilsbringer. Also das ist vielleicht für viele ein bisschen unverständlich. Also wenn wir jetzt über uns Professional, sag ich mal Executive Search sprechen, dann sind wir nicht diejenigen, die unbedingt jetzt dir dabei dienlich sind, deine Karriere unbedingt zu optimieren. Da ist vielleicht so ein Bastian sehr viel besser drin, weil du auch einfach darauf spezialisiert bist. Wir Headhunter werden B2B bezahlt, also von unseren Kunden. Das bedeutet, wir tun etwas, um das Mandat erfolgreich zu erfüllen und zu closen mit dem richtigen Kandidaten. Und das bedeutet eben nicht, dass unsere Zeit den Kandidaten gewidmet wird und wir uns jetzt hier mit jedem, der gerade auf Jobsuche sind, gerne unterhalten. Und deswegen werden wir auch immer so negativ dargestellt medial, dass wir irgendwie arrogant werden oder sonst was. Vielleicht ist das der eine oder andere auch, wenn ich mir die so angucke, meine Konkurrenz hier so. Aber darum geht es nicht, sondern es ist einfach nicht implizit in unserem Geschäftsmodell verankert, dass wir das tun, sondern dann, wenn wir ein Mandat haben, suchen wir in unserer Datenbank. Dann, wenn wir ein Mandat haben, gehen wir extern. Und das ist etwas, was man aber schon tun kann. Man kann sich in eine Datenbank begeben. Es gibt dann auch noch welche, das sind so angelsächsische Kollegen. Darf ich Namen hier nennen? Ja, also gern. Ja, okay. Also zum Beispiel Michael Page oder Hayes. Das sind ja auch, das sind für mich eigentlich keine Headhunter, aber fallen auch unter die Rubrik. Die machen, die bekommen einfach dann Geld, wenn sie etwas, sage ich jetzt mal, wenn sie einen Auftrag abgeschlossen haben, was ja ein solides Geschäftsmodell ist. Und diese angelsächsischen Kollegen, die sind dann schon eher gewillt, auch mal ein CV zu pushen. Ja, also mit einem Berufseinsteiger zu sprechen oder mit einer Fachkraft oder zu sagen, hey, ich habe hier ein paar Stellenanzeigen, ich pushe dich mal, ich habe da einen guten Draht zur HR-Abteilung. Das kann man schon machen, aber das klassische Headhunting, wenn wir jetzt so von 80 Prozent der Branche sprechen, die gehen nicht so vor. Ja, sondern die holen sich erst das Mandat und danach fragen sie. Und was kann ich jetzt tun? Erstens, also die richtige Erwartungshaltung haben. Ein Headhunter wird sich wahrscheinlich nicht mit mir treffen, um mit mir über meine Karriere zu sprechen, denn dadurch verdient er kein Geld. Das ist das Allererste. Das Zweite ist, ich kann trotzdem irgendwie versuchen, ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise in der Position zu sein, angesprochen zu werden. Und das kann ich tun, indem ich in der Datenbank bin oder es einfach schaffe, ein super Xing- oder LinkedIn-Profil zu haben mit einer gewissen Sichtbarkeit, sodass wirklich der Algorithmus für mich arbeitet. Wenn jetzt mal ein Recruiter sucht, wenn ein Recruiter auf mich stößt. Lass uns das auf jeden Fall nach und nach angucken, Dominik, weil sonst verballern wir hier das ganze Pulver. Wir müssen ja auch so ein bisschen die Spannung aufbauen. Ich merke aber schon, die Ladies and Gentlemen, die sagen dann so, ja, okay, alles klar, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, gehe ich direkt offline und mache das direkt. Ich fand es aber gut, dass wir erst mal uns das Thema Headhunting angeschaut haben. Dann finde ich es gut, dass du auch so ein bisschen den Zuckerguss davon weggenommen hast und gesagt hast, wir arbeiten nur auf Mandaten und wir arbeiten nicht, jemand sucht einen Job, sondern wir arbeiten in einem Unternehmen, möchte eine Stelle besetzen. Fand ich schon mal ganz gut. Das hatte nämlich auch damals der Patrick Greiner über das Thema Personaldienstleistung, Zeitarbeit gesagt, um auch einfach so ein bisschen das wegzunehmen. Weil viele, klar, versuchen sich natürlich im Internet, viele Unternehmen so als, ja, wir sind deine Karriereberater, wir unterstützen dich auf deinem Weg, aber eigentlich ist es Quatsch, weil das machen die ja nicht, ohne dass sie ein Mandat haben. Was du damit aber auch schon direkt beantwortet hast, und das fand ich ganz gut, weil häufig kriege ich die Frage, ja, Bastian, ich habe hier einen Headhunter, der sagt, ich muss das und das bezahlen, damit die für mich aktiv werden. Und damit hast du ja im Prinzip schon das zerschlagen, dieses Gerücht, nämlich du bezahlst keinen Headhunter als Autonomalverbraucher, das macht das Unternehmen. Und das heißt, wenn Unternehmen mit solchen Sachen kommen und sagen, hier, zahl mir x Euro, damit ich dich an das Unternehmen vermittle, dann ist das ja schon mal kein Headhunter, sondern irgendein anderes Geschäftsmodell wahrscheinlich. Ja, vielleicht kann ich da kurz drauf eingehen, das nennt sich dann ganz neudeutsch, und das ist aber eigentlich auch, also da habe ich wirklich etwas dagegen, muss ich ganz klar sagen, ich bin Gegner davon, dass es inverse Headhunting nennen die es, dass sozusagen das, dann andersherum für Kandidaten einen Job suchen, und wir beide wissen, dass das nicht funktionieren kann. Ich kann kein Versprechen geben an einen Kandidaten, der mir 30.000 Euro zahlt, also ich kriege auch ab und zu solche Angebote. Hier, ich bin Geschäftsführer XY aus der und der Branche, hilf mir mal bei meiner Konkurrenz Fuß zu fassen oder vermittle mir einen neuen Job, kriegst dann 30.000, 40.000 Euro. Erstens brauche ich das Geld vorher, das ist auch unser Geschäftsmodell, ist einfach so, weil wir Berater sind. Und das Zweite ist, ich mache das nicht, selbst wenn du mir 300.000 gibst, ich kann dir dieses Versprechen nicht geben. Das ist einfach nicht möglich, wir schöpfen hier, du bist einer von vielen, einer von vielen Generalisten, beispielsweise auf Führungskräfteniveau, und es gibt einfach, ich kann nicht Unternehmen so stark durchdringen, die ich nicht kenne, die nicht in meinem Netzwerk sind, dass ich dort überzeuge, nimm lieber den Geschäftsführer, nicht den anderen. Das ist nicht möglich, aber einen Kandidaten kann ich schon ansprechen und einfach sagen, hey, ich habe ein besseres Mandat für dich, einen besseren Job vielleicht für dich, hör dir das doch mal an. Ja, das ist schon andersrum möglich. Ja, finde ich sehr gut. Jetzt hast du gerade schon angerissen, wie gehe ich vor, um Headhunter auf mich aufmerksam zu machen? Und das habe ich mir auch auf jeden Fall schon aufgeschrieben, dass wir das noch klären sollten. Vielleicht noch zwei Dinge im Vorfeld, weil du hattest das gerade schon so ein bisschen, als du auch so, auch da wieder das Mysterium davon weggenommen hast, vielleicht, dass wir die noch kurz differenzieren. Gibt es vielleicht, weiß ich nicht, ein bis zwei Do's and Don'ts, die ich in der Zusammenarbeit mit Headhuntern berücksichtigen sollte, damit wir am Ende des Tages alle was davon haben. Klassische Win-Win-Situation. Ja, also die Frage ist, über welche Zielgruppe sprechen wir? Wir sprechen ja heute Menschen an, die Führungskräfte sind und aufs nächste Level wollen, also die die nächste Führungsetage erreichen wollen, oder Menschen, die sich generell für Führungsfunktionen interessieren. Also können wir von der Zielgruppe heute auch sprechen, ja. Es ist definitiv ein bisschen graduell anderes Vorgehen dann, je nachdem, ob ich schon Führungskraft bin oder nicht. Ich versuche es jetzt aber mal generisch zu beantworten. Ja. Also erstmal geht es darum, dass ich eben diese Erwartungshaltung nicht habe, der sucht mir jetzt einen Job. Punkt. Und jeder, der sagt, gib mir Geld und ich suche dir einen Job, ist unseriös. Punkt. Also das, denke ich, sollten wir schon mal soweit geklärt haben. Dann geht es darum, wie kann ich jetzt aber bei den seriösen Professionals punkten, beziehungsweise wie kann ich die trotzdem für mich nutzen? Ich muss ja nicht da punkten. Das ist die falsche Formulierung. Also, wie gesagt, wir sind nicht die Allhaltsbringer und wir sind auch teilweise überbewertet. Und dann muss ich einfach sagen, wie gehst du vor? Also, erstmal ziehst du mal zu, dass man dich auch findet, dass du auffindbar bist. Also erstmal Xing, LinkedIn sind die gängigsten Portale dafür, um tatsächlich angesprochen zu werden. Ja, das ist so das allererste, ein gutes Profil zu haben unter ich biete jetzt nicht, bei Xing gibt es ja dieses Fähigkeiten und Kenntnisse. Früher hieß das, ich biete nicht irgendwelche Soft Skills reinschreiben, die einfach austauschbar sind, nach denen auch kein Recruiter sucht. Dazu muss man die holste Suche kennen. Das ist bestimmt auch schon mal in deinem Podcast angesprochen. Also, das ist so, ohne das jetzt, um dazu detailliert zu werden, das ist so das Erste. Das Zweite, wenn ich, ich kann mal, wenn ich in einer gewissen Branche bin, zum Beispiel im Modebereich, da gibt es eine ganz gute Boutique hier in München, damit ich nicht nur von uns spreche und die sind spezialisiert darauf, Fach- und Führungskräfte für die Modebranche, jetzt nicht Luxury, sondern sind sehr spitz positioniert, sag ich jetzt mal, im Premium-Segment zu handeln. Okay. Wenn ich da in der Datenbank bin, habe ich schon mal, ehrlich gesagt, ein ganz gutes, ganz gute Chancen, weil ich auch spitz positioniert bin. Also, ich suche mir dann auch Headhunter, die spezialisiert sind auf etwas beziehungsweise wirklich in den Top Ten sind, Top 20, von denen ich einfach weiß, die agieren seriös. So, wenn ich jetzt aber jemand bin, dem das nicht so wichtig ist, und das gibt es auch, ich will das nicht abwerten, sondern der einfach sagt, weißt du was, mir egal, wie ich an den Job komme, ja, schieß meinen Lebenslauf an alles Mögliche raus, wie du möchtest, dann kann ich auch auf, sag ich jetzt mal, Hayes oder Michael Page zugehen oder einfach sagen, hier, sag mir, wo schickst du meine Unterlagen hin, damit ich das nicht gleichzeitig mache und der verdient ja dann auch daran, an der Vermittlung wird von dem potenziellen, also es ist kein Kunde, sondern es ist ein Unternehmen bezahlt, weil Kunde wäre, der hätte einen Auftrag und das ist oft nicht der Fall, das muss ich auch wissen, aber das ist auch eine Möglichkeit, wenn ich, wenn mir das nichts ausmacht, ich habe hauptsächlich mit Managern zu tun, da gibt es halt eine gewisse Integrität und die sagen, nee, schick nirgends vor meinen Lebenslauf hin, außer du sprichst mit mir und ich tue es ja auch nicht, ja, also, das ist ja nicht unser Geschäftsumfeld. So, das ist das, was ich machen kann, so, das waren ein paar Tipps, vielleicht noch eine Sache, die Erwartungshaltung, wenn ich meine Unterlagen an den Headhunter schicke, sollte nichts sein, triff dich mit mir, falls du dann ein Mandat hast, also zumindest machen das die Erfolgreichen nicht, weil ich habe die Zeit nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, in meinem Kalender passt nicht mal, passt kein Blatt dazwischen, das bedeutet, ich kann jetzt nicht mich mit jedem treffen, nur weil er potenziell ein interessanter Typ ist und das ist nicht böse gemeint, einfach die Erwartung sollte sein, nimm mich auf, ja, und wenn du dann was hast, dann denk an mich, außer, und jetzt komme ich zu einer Ausnahme, auf die ich und viele Kollegen eingehen, außer jemand ist Top-Management positioniert und außer, und derjenige ist auch bereit, sein Netzwerk mit uns zu teilen, denn was ist unser Ziel, Mandate zu bekommen, ja, das bedeutet, wenn einer reziprok zu mir sagt, pass auf hier, ich habe hier einen Zugang, wir sind in derselben Branche, Technology, ich kann dich da empfehlen, du kannst mich da empfehlen, lass uns das mal machen, dann bin ich gerne bereit dazu, ja, das ist halt dann was anderes, aber da denkt halt keiner dran und die meisten sind auch ehrlich gesagt nicht in der Position, sowas zu tun. Das ist richtig cool, dass du das gerade sagst, weil ich hatte mir überlegt, okay, hast du noch ein Geheimnis, Dominik, was die wenigsten wissen und jetzt hast du es schon gesagt und ich finde es gut, dass du das sagst, weil auch ein Mercury-Uhrer, auch ein Dominik Roth, sagt dann, ey Mensch, cool, coole Branche, alles klar, wenn du da die Kontakte hast, super, lass uns da reziprok zusammenarbeiten, super. Ich habe mal zusammengefasst, also was du zum Beispiel als allererstes gesagt hast, das ist Auffindbarkeit in Social Media. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir da zu sehr ins Detail gehen, aber du hast da schon was mit reingenommen und das tun ja auch viele Leute, das sehe ich immer häufiger, wenn ich deren Profile checke, die haben ganz viele Soft-Skills da drin stehen, ja, und natürlich sucht da kein Mensch nach und Bolscher Suchoperant, nur ganz kurz für die Damen und Herren, um das zu klären, es ist quasi wie so eine Art Befehl, den ich in die Suchzeile eingebe, um das optimale Kandidatenprofil angezeigt zu bekommen, also auf Recruiter-Sicht, nur um das noch zu klären. Dann fand ich cool, dass du gesagt hast, Datenbank, also dass ich auch in einer Datenbank bin, zum Beispiel von spezialisierten Unternehmen oder spezialisierten Headhuntern, das fand ich auch nochmal ganz cool und dann habe ich noch eine Sache rausgehört, die fand ich sehr cool, da hast du gesagt, also das hast du nicht wortwörtlich gesagt, aber das habe ich daraus mitgenommen, was ist deine Strategie? Ja, sagst du, okay, ich schieße breit, weil ich vielleicht auch sehr generalistisch aufgestellt bin, dann kann die Strategie sein, dass man an so Unternehmen wie beispielsweise Hayes oder andere Unternehmen herantritt und sagt, hier schickst an verschiedene Unternehmen, ist mir auch egal und ich freue mich auf eure Rückmeldung und habe auch kein Problem damit, dass sie mein Ziel weitergebt, das kann man ja in so einer Datenschutzerklärung mitgeben, oder ist meine Strategie, ich möchte sehr genau da und dahin und genau das und das interessiert mich und auch nur diese Unternehmen. Ich sehe das jetzt zum Beispiel gerade bei meiner Frau, die hat so ein paar Ideen, was sie gerne machen möchte, hat sich da ein paar Unternehmen rausgesucht und die Frage ist dann natürlich, okay, ich möchte gerne zu diesem Unternehmen, dann suche ich mir natürlich die Unternehmen, die spezialisiert in dieser Branche sind und im besten Falle auch mit diesem Unternehmen schon zusammenarbeiten. Und dann fand ich es noch cool mit der Proaktivität, das hast du auch noch gesagt, also ich kann proaktiv auf ein Unternehmen zugehen und dann sogar in zwei Richtungen, einmal mit hier ist mein CV, das ist mein Profil, das habe ich zu bieten und hey, und das fand ich nochmal richtig cool, ich arbeite seit, weiß ich nicht, 15 Jahren in der IT-Branche, habe in den verschiedensten Unternehmen schon zusammengearbeitet und kann euch da vielleicht auch das eine oder andere Mandat klar machen. Ja, cool. Genau. Sehr stark. Also muss man einfach ehrlich sein, also wir haben alle irgendwo ein Ziel und das muss halt matchen und ich bin immer dafür, in jedem Gespräch eine Win-Win-Situation herzustellen und wem das gelingt, wer auch weiß, der kann das intuitiv vielleicht ganz gut oder weil er sich damit sehr gut befasst, der hat sowieso keine Schwierigkeiten zu netzwerken. Ja, cool. Jetzt hast du es auch schon kurz angerissen und zwar, es kann auch für Berufseinsteigende interessant sein und es kann funktionieren, richtig? Also jetzt, du bist nicht darauf spezialisiert, nein, aber es ist bei uns nicht. Genau. Aber Headhunting geht auch bei Berufseinsteigern, da gibt es auch Unternehmen für. Ja, hatte ich anfangs gesagt, also dass das mittlerweile auch in den Bereich Headhunting mit rein zählt, dass Berufseinsteiger angesprochen vermittelt werden, sehr häufig sogar für Fachpositionen im Baubereich beispielsweise, ITler sowieso, also da gibt es viele, da gibt es auch hohe Honorare schon, wie ich so mitbekommen habe, für die Kollegen, die jetzt eher in diesem Bereich spezialisiert sind. Zum Beispiel gibt es auch, da gibt es glaube ich auch Academic Works, heißen die, ja, ohne jetzt Werbung zu machen, wir sind eh keine Konkurrenten, wir sind in einem ganz anderen Markt unterwegs oder wir sind im Führungskräfte-Bereich. Da ist es auch so, die handeln ja auch, ja, also die machen halt hauptsächlich Zeitarbeit, ich glaube, ob das denn Hauptgeschäftsmodell und die meisten machen auch dann beides, auch Michael Page und Hayes, die ich schon genannt hatte, ich will gar keine Werbung für die machen, ich kann mich mit denen jetzt nicht identifizieren, aber ich kann halt sagen, die haben da auch diese Geschäftsmodelle und da funktioniert es dann auch für Akademiker, für, sag ich jetzt mal, Berufseinsteiger, whatever, die dann, die dann da auch auf diejenigen zugehen können, aber eben jetzt nicht auf die Top Executive Headhunter, das wird, das wird nicht funktionieren. Finde ich spannend, dass du das jetzt auch nochmal sagst, weil das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben quasi wieder einen weiteren Weg, eine weitere Möglichkeit, den Damen und Herren mit an die Hand gegeben, wie man denn auch nach einem passenden Job suchen kann und nicht alles ist Zeitarbeit. Es gibt halt eben Headhunting und man muss es halt einfach klar kommunizieren, was man denn konkret möchte. Vielleicht noch eine Sache, obwohl die hast du eigentlich schon mit beantwortet, vielleicht hast du da noch eine Idee zu, den richtigen Headhunter für mich finden, du hast es noch, doch, du hast es schon erwähnt, wie viele Headhunter es da in Deutschland überhaupt gibt. Kann ich da irgendwie eine Filterung für mich ansetzen, den richtigen Headhunter zu finden oder, das wäre so die andere Seite, mache ich das gar nicht, suche gar nicht nach passenden Headhuntern, sondern optimiere mein Profil soweit und gucke einfach, wer mich anspricht. Also das Zweite, was du genannt hast, ist auf jeden Fall der größere Erfolgsweg. Ich meine, wenn ich die Zeit aufbringen möchte, dann kann ich mich trotzdem auch mit Headhuntern vernetzen, würde ich mir einfach zwei, drei raussuchen nach folgenden Kriterien. Erstens, auf welchem Niveau sind die Führungen, also ich will es nicht so tun, als wäre ein Führungskräft irgendwie wertvoller. Das möchte ich hier nicht aussenden in dem Podcast. Das ist halt nur die Spezialisierung. Also sagen wir mal so, Spezialisierung in zweifacher Hinsicht. Erstens, auf welcher Ebene rekrutieren die? Das kann ich sehr gut rauslesen, wenn da schon so Fachkräfte steht, Young Professionals und so weiter, sag ich jetzt mal in dem Bereich, oder eben Führungskräfte. Die meisten sind schon sehr klar in ihrer Außenkommunikation auf den Webpages. Das ist so das Erste. Das Zweite ist einfach die Branche. Das sind die beiden Auswahlkriterien für den Headhunter, den ich anspreche. Wie gesagt, mit der richtigen Erwartungshaltung. Okay, super. Ja, cool, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich finde es wichtig, auch zu wissen, also A, wie überzeuge ich die von mir? B, wie gucke ich nach den richtigen? Und so die Frage nach Seriosität, Unseriosität, die finde ich immer schwer zu beantworten. Also was sind Seriositäten? Weil es gibt auch seriöse Arbeitgeber und unseriöse Arbeitgeber. Das haben wir alle schon erlebt. Also von daher, man muss halt einfach die Erfahrung machen. Es ist leider so. Und dann einfach gucken, wie man da am besten zurechtkommt. Eine Sache, die gebe ich noch mit für die Damen und Herren, weil häufig, das kriegst du ja bestimmt, also dafür bist du eigentlich die perfekte Adresse, nämlich Gehalt. Ganz häufig so, bin ich mit meinem Gehalt drüber, bin ich mit meinem Gehalt drunter? Und meinen Klientinnen und Klienten gebe ich immer den Tipp, am besten solltest du mit Headhuntern in Kontakt treten, weil Headhunter wollen dich natürlich zu einem Gehalt vermitteln, wo es sich für sie selber lohnt. Aber die können dich natürlich auch nicht über die Maßen mit einem krassen Gehalt verkaufen, weil sie dich dann nicht verkauft bekommen, weil du einfach zu teuer bist. Punkt. Kannst du das bestätigen, dass Headhunter eine sehr, sehr gute Adresse sind, um auch sein Gehalt zu ermitteln? Ja. Oder herauszufinden, was geht, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt auch viele Headhunter, die konkret, nenne ich jetzt nicht vielleicht, aber die halt tatsächlich gute Gehaltsstudien auch rausbringen. Das machen wir nicht. Wir sind nicht so darauf spezialisiert, sondern eher auf diesen Diagnostikbereich. Aber die, das kann man schon. Und ich meine, ehrlicherweise ist doch so viel mittlerweile an Datenmaterial verfügbar. da gibt es auch die eine oder andere Page, wo ich einfach nachgucken kann, ich brauche dafür den Headhunter eigentlich nicht. Ah, okay. Also, um jetzt da, ich meine, wie nennt sich diese eine Seite, müsste ich mal nachschauen. Nochmal, weil ich habe auch ein Coaching, so wie du, wo ich auch B2C, also da nehme ich dann auch dieselbe Rolle wie du ein und da habe ich dann einfach mal so, da habe ich ein Video gedreht, dieses Online-Kurs und Coaching dazu. Es gibt, glaube ich, es gibt irgendwie 45 Minuten und da habe ich alle Gehaltstipps dazu gepackt, ja. Aber da gibt es einfach eine Seite, Glassdoor ist eine Seite zum Beispiel, Glassdoor.de, kennst du auch sicherlich. Da einfach mal die Benchmark nehmen und dann natürlich mit der höchsten, mit dem höchsten Wert reingehen ins Gespräch. Das ist so der beste Tipp natürlich. Aber jetzt einen Headhunter brauchst du nicht unbedingt, um zu wissen, wie viel wird da und da bezahlt. Was man halt so, wo man ein Gefühl haben sollte, ist, dass natürlich im Pharma-Bereich anders gezahlt wird als im Beauty-Bereich, obwohl es dann eine große Überschneidung an Rollen gibt. Da kann auch schon mal 20% Unterschied im Gesamtgehalt vorherrschen. Aber also darum geht es, ja. Also brauche ich keinen Headhunter und ich meine, ich liege schon fast immer richtig, weil Kunden mich fragen, aber das liegt halt daran, dass ich fast, also dass ich oft dieselben Rollen habe. Ja, ja. Okay. Also es liegt nicht daran, dass ich besonders den gesamten Markt kenne. Ich binowy. Ich bin Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.